Was ist mit Werkzeugen? Wir arbeiten immer hier bei uns mit Werkzeugen. Und ein Werkzeug ist zum Beispiel, einen Break zu machen, zu sagen Stopp, sich auf eine andere Ebene zu begeben und zu sagen, hey, was passiert denn da jetzt eigentlich? Wir streiten uns über was, aber um was geht es denn eigentlich? Also rauszukommen aus diesem Ich habe Recht oder ich bin verletzt, zu sagen, du, lass uns mal einen Schritt beiseite treten und lass uns mal gucken, was ist denn im Moment passiert und was wollen wir denn eigentlich? Und es wird sich herausstellen, wir wollen eigentlich ein zufriedenes, ruhiges Leben führen. Und wie kommen wir da hin? Also richtig, raus aus dem Ich, aus dieser Ich-Bezogenheit und rein in das Wir. Wir haben gemeinsam ein Problem. Und da geht es nicht darum, wer Schuld hat, sondern wie können wir es besser machen.